Günther Benisch war ein deutscher Architekt und Professor für Architektur. Weltweite Bekanntheit erlangte er durch den Bau des Münchner Olympiageländes. Leben Günther Benisch wuchs zunächst in Dresden auf. 1934 zog seine Familie mit ihm als 1-2-Jährigem nach Chemnitz um. Noch keine 18 Jahre alt wurde er 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Während des Zweiten Weltkriegs war Bene Schubot Kommandant und geriet in britische Kriegsgefangenschaft. 1947 kehrte er von England nach Deutschland zurück, wo er von 1947 bis 1951 an der Technischen Hochschule Stuttgart Architektur studierte. Anschließend arbeitete er von 1951 bis 1952 im Architekturbüro von Rolf Gutbrot in Stuttgart. 1952 gründete Benisch in Stuttgart sein eigenes Büro, das er bis 1956 mit Bruno Lombard betrieb. 1966 wurde die Architektengruppe Benisch & Partner gegründet, die Benisch unter wechselnden Namen jeweils mit einem oder mehreren Partnern führte. Das Büro besteht bis heute. 1989 gründete sein Sohn Stefan Benisch ein Zweigbüro in Stuttgart. Das 1991 eigenständig wurde und inzwischen unter dem Namen Benisch Architekten weltweit agiert. Von 1967 bis 1987 war Günther Benisch ordentlicher Professor für Entwerfen, Industriebau und Baugestaltung an der Technischen Universität Darmstadt sowie gleichzeitig Direktor des dortigen Instituts für Normgebung. 1982 wurde Benisch Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und 1984 zum Ehrendoktor der Universität Stuttgart ernannt. 1996 wurde er zum Gründungsmitglied der Sächsischen Akademie der Künste berufen, deren Klasse Baukunst er bis 2000 leitete. Günther Benisch war verheiratet und hatte zwei Töchter und einen Sohn. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren in Stuttgart. Preise und Auszeichnungen 1972 Großer Architekturpreis des Bundes Deutscher Architekten 1982 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin 1984 Ehrendoktorwürde der Universität Stuttgart 1992 Ehrenmitglied des Bundes Deutscher Architekten 1993 Hans Molfenterpreis der Stadt Stuttgart 1996 Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste 1997 Bundesverdienst Kreuzi Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 2008 Deutscher Kritikerpreis 2013 Benennung einer Straße auf dem Campus Lichtwiese der Thudarmstadt Werk Günther Benisch galt als einer der wichtigsten Vertreter der modernen Architektur in Deutschland und als Verfechter des demokratischen Bauens ohne jede Status- und Machtsymbolik. Er wurde als Baumeister der Demokratie bezeichnet. Die von ihm geschaffenen Gebäude, bei denen er Freiheit in gläsern luftige Formen brachte, prägten das Bild der Bundesrepublik Deutschland in der Welt. Hierzu trug insbesondere das von der Architektengruppe Olympiapark im Büro Benisch und Partner anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1972 von 1967 bis 1972 erstellte Olympiagelände in München bei, wo das von Frei Otto für die Weltausstellung 1967 in Montreal konzipierte, schwebende Dach weiterentwickelt wurde. Bekannt wurde das Büro auch mit dem Auftrag des 1992 fertiggestellten neuen Plenarsaal des Deutschen Bundestags in Bonn bei. Für das gemeinsam mit Frei Otto entwickelte Münchner Olympiastadion wurde Benisch weltberühmt. Nach Lens. Sein umfangreiches Werkarchiv liegt im südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau. Filme. Günther Benisch, Architekt. Dokumentation und Gespräch Deutschland, 2001-28 MIN Moderation. Markus Brock, Regie. Stefan Bub, Produktion. SWR, Reihe. Treffpunkt bei Filmdaten von ARD und Daten der SLUB. Die Schönheit der Transparenz der Architekt Günther Benisch. Dokumentarfilm Deutschland, 1996 MIN, Buch und Regie. Joachim Haupt und Sabine Pollmeier, Produktion. Panas Film.